hallo und willkommen zu einer runde hunger games mit mir hexagull40 gaming und nido lp95 hallo ja das schaffen wir mal wieder hoffen wir mal auf eine gute runde aber eigentlich ist mir schon ein gutes team tut mir leid wenn ich mich etwas komisch anhöre aber ich habe noch eine etwas dickere nase töten 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 du weißt wo es lang geht ne mako ja scheiße wartet um einen steinschwert auf mich ich habe auch steinschwert waco bist du da bist du vorsichtig ich bin gleich tot also ich kann nix machen scheiße der hat rüstung angezogen versuch es trotzdem ich habe ihn getötet boah danke du bist mein retter ich habe drei steinschwerter hier in dem 1 oh dankeschön dafür kriegst du auch hast du auch einen stick zufällig die hast du da hast du schon dingels die brauche ich auch hose brauche ich habe ich nicht kann der helm geben hast du ja marko hast ein stick nein ich habe aber eisen du suchst die kisten ja ich auch angel ich habe einen level ja aber lass uns das jetzt mal lieber machen wenn wir ja oder eisen schwert ja wenn sich das so wirklich lohnen zu verzaubern ich habe ein brustpanzer ich habe ein brustpanzer super ach ja ich habe rechts da jemand gesehen aber beim flugsaal ist entscheidend nicht ich gehe mal in geheimraum links waco da beim geheimraum ja ich töte ihn Richtung see ist einer der ist fast dort ja ich habe die sachen eisenhelm nur eins gehabt wieso nur das reicht doch für dich ja natürlich hast du auch keinen gehabt geheimraum wo war es noch mal da da ich sehe beim flugsaal ist keine kiste gespawnt ich hoffe mal du findest ein stick wie viel eisen hast du hast du ein eins und eisen wie viel da hast du davon ein jeweils ein ich habe zwei ich habe zwei komm ein eisenschwert machen wir also in mitte oder wohin nicht in mitte wir gehen mal flughafen oder das haus da links ist noch einer marko sieht ich mal töten wir töten wir kommen die meinte ja bisschen abstand jetzt habe ich anscheinend es liegt er sich pass auf ich habe ihn verloren siehst du ihn? ne noch nicht warte hinter uns ich habe oh danke oh jetzt habe ich ordentlich material ganz mit so spanzer hast du schon ich brauche beim besseren also du hast du bessere hosen noch für mich als leder hatte und bessere schuhe Marco fang jetzt nicht mit dem verbrennen an muss Sachen verbrennen steinschwert hast du ja ne? hat die vielleicht noch eisen gehabt du hast sticks äh ja drei sticks vier eisen wir können locker ok Marco kannst du mir bitte erstmal bessere schuhe und bessere hose geben? habe ich nicht na komm wir müssen jetzt mal weiter könnte ich immer auf sie warten gewöhnt einfach mal an das alles über eine Truhe zu stopfen wenn du gerade Gelegenheit hast oder einfach die Sachen mitzuschleppen weil ich warte mal gut eine halbe Minute auf dich wenn du da die Sachen verbrennst jaaa weißt du? das ist nicht cool da kommt einer haha das ist lustig ich habe zu dir geshopst und der äh verdammt 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 ich habe den neger einen schwimmweg genommen verdammt ich krieg die hose und die stiefel von dem höchste haha du arschluch hilfe oh sein ist ein sauber regen komm ich kriege die stiefel und die hose ich habe ihn mehr getroffen als du Ja, okay, hier. Und den Helm. Hast du ja schon, ach so, okay. Ja. Weißt du, was mir echt gerade ein bisschen Probleme macht, Marco? Kannst du mir irgendwann einen Stick zuwerfen? Danke. Weißt du, was mir echt Probleme macht? Ich habe kaum Essen. Komm, wir als Eisenschwerter machen. Ja. Am Zug. Sagen wir, dass du noch Chancen haben, bevor die nächste kommt. Oh, hier ist eine Kiste drauf. Das sehe ich zum ersten Mal. Ja, so habe ich schon reingeguckt. Oh, ein Care Package ist jetzt drauf. Mach du mal zuerst. Ach, äh. Habe ich. Ach schon? Ja, also schon. Okay, Marco, ich habe für dich auch was. Hier, zieh das mal eben bitte schnell an. Danke. No problem. Dafür musst du mich aber auch beschützen. Ja. Ich beschütze dich. Yay. Das darf ich mich hinsetzen. Guti. Ähm, lass mal eben unter der Brücke nochmal gucken. Lass mal ich mal eben. Du hältst mir mal eben kurz den Rücken frei. Da ist nix. Oh, die ganzen Straßenpenner. Ähm. Lass mal probieren, das Care Package zu finden. Das scheint in Richtung Flughafen höher zu sein. Wollen wir uns da auf den Weg machen? Ja, da gehen wir da hin. Ich denke mal, der Schweine wird schon jemand gelootet haben, aber... Da ist ein Tier. Also da muss einer in der Nähe sein, der, äh, den die Fähigkeit hat, dass ein Tier in der Nähe spawnt. Ja, lass mal. Ich trau mich nie, hier da rüber zu laufen. Ich laufe da einfach meinen großen Bogen. Warum? Weiß nicht, ich trau mich dazu, dass ich da unterfalle. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Okay, dann renn vor. Müssen wir mal aufpassen, ne? Watch out. Ah, scheiße, ich muss was essen. Weißt du, was es aufwollt ist? Da oben ja. Warte, ich habe noch Steak und Fisch. Marco? Ja? Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich, keine Sorge. Ich habe es, glaube ich. Ja, ich habe es. Oh, da ist gute Sachen drin. Sticks und ich, für mich habe ich einen Eisenbrustpanzer. Jetzt habe ich komplett Eisen. Du auch, ne? Ja, ich auch. Supi. Darf ich Rechte verbrennen? Nein, pack ich eine Truhe da oben im Care-Package. Ja, aber dann können das die Feinde bekommen. Ja, aber das, wenn du nur Scheiße reinschmeißen, macht das doch nichts. Ja, es ist sogar Scheiße von, meine Scheiße besser für die. Ja, deine geheiligte Scheiße. So. Na gut, dann komm. Wir, ich glaube... Irgendwie traue ich den Beraten nicht hier richtig. Hast du im Tunnel deine Kiste geguckt? Nee, Marco. Marco, komm her. Marco. Alter. Ich renne, ich renne, ich renne. Weil da kommen schon nämlich gleich unser nächster Gegner. Da war sowas schlecht. Der hatte zwei Tiers, Marco. Stell dir zum Haus da drüben hin. Kannst du mir eben Begegnungsschutz geben? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, da sind's. Aber ich muss mal eben kurz... Da ist einer gestorben, kann das sein? Ja. Ich muss mal eben ganz kurz hier die Scheiße reinpacken. Mach mal so. Ich zünd mal kurz hier den Weg an. Du mal gleichzeitig entsorgen. Alter Falter, wie viel drin ist. Hier kann ich noch einen Bogen geben. Ich hab zwar keine Pfeile, aber... Vielleicht möchtest du es ja. Ich hab drei Bögen sogar. Also gut, zwei haben wir noch. Äh, ich mach mal schnell Kuchen auf den Boden. Nein, Kuchen. Gib mir mal ein Fisch, du hast, Marco. Einen hab ich noch. Na scheiße, jetzt hätte ich nicht essen sollen. Ach, ja. Also gut, wir schaffen das. Ich hab 31 Bogen. Äh, brauchst du einen Bogen? Na, jetzt wird's zu spät. Du meinst Pfeile. Pfeile, Pfeile, Entschuldigung. 31 Bögen. Da ist der ganze Leben da voll. Ja. Oh, der hat den sogar verzaubert. Kannst du ihn verzaubern vielleicht ablängen und ich kann mit dem Leder, weil ich vielleicht dann den Besorgermodus aktiv... Oh, ich glaub, die haben sie grad verbindet. Der hat sich angezündet. Ja, guck mal, ich mach dich mal um den anderen an. Ja, der verfolgt dich, ich kann nichts machen. Renn, rennen! Das ist so, du sollst mir auch mal im Geleitschuss gehen, du. Ja, der vertrete ich den einfach. Ja, der sehr gut. Marco, also irgendwie, wenn ich irgendwie mein Finale muss mir echt mein bisschen Rücken geben. Ja, ich hab versucht, den mit Pfeilen anzugreifen, aber der hat nix gemacht. Der ist einfach abgehauen, der hat mich nicht beachtet. Ja klar, weil ich auch der Mandier schwebt bin. Ja, ja, egal. Wir haben eh gewonnen. Bis mit dem Leitschuss. Ja, wir haben gewonnen. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.